James Ward verdient es, zu den großen Wohltätern des Menschengeschlechts gezählt zu werden. Die Möglichkeit, Dampf wirtschaftlich nutzbar zu machen, entwickelte erst James Ward. So still und ohne große Ereignisse das Leben unseres edlen und liebenswürdigen James war, so gewaltig war der Umschwung. James Ward ist der Erfinder der Dampfmaschine und eine jede solche Maschine ist das herrliche Monument seines erhabenen Geistes. Fundstücke, auf die man vor allem in Schriften des 19. Jahrhunderts immer wieder stößt, in denen all jene Zutaten auftauchen, die so eine Erfindergeschichte eben braucht. Eine spektakuläre Erfindung, die die Welt verändert. Und einen genialen, zugleich edlen und liebenswürdigen Helden, der ganz unten anfängt, um dann ganz nach oben zu kommen, weil er genau diese eine geniale Erfindung macht, die fortan immer mit seinem Namen verbunden ist. Eine tolle Geschichte. Die nur einen kleinen Haken hat. Sie stimmt nicht. Denn James Ward ist weder der Erfinder der Dampfmaschine, noch hat er eine Karriere hingelegt à la vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Märchen rund um James Ward sind vielmehr wunderschöne Beispiele dafür, wie Mythen der Technikgeschichte entstehen. Lösung sucht Problem. Oder wer braucht schon eine Dampfmaschine? Lange bevor James Ward die Bühne betritt, beherrschen andere die Szene. Pioniere der Dampfmaschine, die heute allerdings kein Mensch mehr kennt. Der Engländer Thomas Savary zum Beispiel. Oder der Franzose Denis Papin. Und vor allem ein gewisser Thomas Newcomen. Der baut als erster eine Dampfmaschine, die einigermaßen robust ist, nicht so oft kaputt geht. Das begeistert die Leute im Bergbau. Und so kommt die erste Newcomen-Maschine 1712 in einem Kohlebergwerk, im englischen Staffordshire, zum Einsatz. Und die hat wunderbar funktioniert als Wasserpumpe im Bergwerk. Ulrich Wengenroth, Professor für Technikgeschichte an der TU München. Das Problem bei so einem Bergwerk ist, sie graben Löcher in die Erde. Und das läuft dann irgendwann mit Wasser voll, denn sie gehen ja irgendwann durchs Grundwasser durch. Und das Wasser muss raus. Und dazu hatte man schon viele Ideen. Es gab ganz einfache, die Wasserträger, die sind auf Leitern runter mit Ledersäcken und haben das Wasser hochgehoben. Und dann konnte man das durch mechanische Pumpen ersetzen. Das hat man schon gemacht um 1500 im Bergbau. Oben ein Wasserrad und das hat ein Pumpgestänge angetrieben, mit dem hat man das Wasser rausgepumpt. Und das braucht man in allen Bergwerken. Die Maschine hat allerdings einen Haken. Ihr Wirkungsgrad ist erbärmlich. Er beträgt weniger als ein Prozent. Das heißt, weniger als ein Prozent der eingesetzten Energie wird tatsächlich umgesetzt in Arbeit. Anders formuliert, mehr als 99 Prozent der Energie verpuffen ungenutzt. Eine magere Bilanz. Zum Vergleich, ein modernes Kraftwerk hat heute einen Wirkungsgrad von rund 40 bis 50 Prozent. Und ein Elektromotor sogar 90 Prozent. Was die Frage aufwirft, warum nutzen die Bergleute eine Maschine, die Energie regelrecht vernichtet? Die Antwort ist ganz einfach. Den Brennstoff gibt's gratis. Denn das wird in dem Bergwerk herausgegraben. Und die Kohle, die man verkaufen kann, das ist Stückkohle. Die hat man auch gerne. Aber wenn man Stückkohle erzeugt, wenn die Hauer das unten rausschlagen, dann entsteht ganz viel kleiner Kram. Gruß, ganz kleine Teilchen. Die kann man nicht verkaufen. Die häufen sich oben an zu großen Haufen. Diese großen Haufen sind ein Ärgernis, die sind ein Problem, die müssen weg. Dann ist es einfach genial, wenn man den Dreckhaufen oben verbrennen kann und mit diesem Verbrennen gleichzeitig das Wasser rauspumpen. Dennoch ist Newcomens Maschine die Lösung für eine relativ seltene Konstellation. Ein Wasserentsorgungsproblem kombiniert mit einem Kohleüberschussproblem. Das gab es so eigentlich nur in Kohlebergwerken. Kein Wunder also, dass sich ansonsten kaum jemand für diesen unrentablen Kohlefresser namens Dampfmaschine interessiert hat. Warum auch? Es gab schließlich jede Menge alternative Antriebe, die wunderbar funktionierten. Der beste Antrieb, den man haben konnte, und das gilt für die gesamte Dampfmaschinenzeit, war Wasserkraft. Wasserräder waren überhaupt das Beste. Wunderbar gleichmäßig einmal hingebaut ist es gelaufen, ein Teich davor, steuerbar, nicht feuergefährlich, ist nichts explodiert. Das war überhaupt der beste Antrieb. Und das galt auch durch die Dampfmaschinenzeit durch. Die Augsburger Kammgarnspinnereien am Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, die saßen am Lech und die haben ihre Wasserkraftanlagen erneuert, die haben keine Dampfmaschinen gebaut. Und wer nicht 24 Stunden am Tag einen Antrieb brauchte, setzte alternativ auf Windkraft. Oder griff auf einen anderen Klassiker zurück, auf den sogenannten Tiergöpel. Also man hat Pferde oder Maultiere im Kreis laufen lassen und die haben irgendwas angetrieben. Und so haben ganz viele Textilfabriken in der frühen Industrialisierung gearbeitet. Viele. Ja, die hatten dann kein Wasserrad, weil keine Wasserkraft mehr da war. Und dann haben sie halt diese Pferde oder Maultiere im Kreis laufen lassen. Unter Druck. Oder die optimierte Dampfmaschine. Im Winter 1763-64 kommt es zu einer schicksalsträchtigen Begegnung. Ein verkleinertes Modell so einer Newcomen-Maschine gerät in die Hände eines jungen, talentierten Feinmechanikers im schottischen Glasgow. Sein Name? James Watt. Der hat zwar nicht mal seine Lehre abgeschlossen, dennoch aber einen Job an der Uni ergattert. Die Professoren dort brauchen jemanden, der die Geräte für alle möglichen physikalischen und astronomischen Experimente zusammenflickt. Und dort bei der Universität hatte man auch so eine Newcomen-Maschine. Und die ist nicht gelaufen. Wie viele Geräte in der Laborsammlung hat die nicht funktioniert? Und Watt bekam dann den Auftrag, er soll doch mal versuchen, ob er dieses Ding zum Laufen bringt. Das würde niemand schaffen. Bereits hier, in den frühen Jahren, müht sich nun mancher Biograf, den Boden zu bereiten, auf dem der spätere Held, James Watt, dann aufsteigen kann. Da ist die Rede von einem bitterarmen, aber doch gebildeten Elternhaus, in dem natürlich das Geld fehlt für ein Studium. Die Botschaft ist klar. Da muss sich einer von ganz, ganz unten mühsam ganz nach oben arbeiten. In der Tat. Watt ist ein Aufsteiger. Aber von ganz unten? Und ist sein Weg damals wirklich so ungewöhnlich? Nun, zunächst mal muss man diese Armut nicht übertreiben. Und man muss es auch nicht so hoch hängen, dass er nicht hat studieren können. Denn das konnten damals die allerwenigsten Leute. Das ist überhaupt kein Vergleich mit heute. Das war eine extrem kleine Elite, die sich den Luxus eines Studiums leisten konnte. Also Watt kommt aus dem Mittelstand und wird nicht gleich Vorsitzender einer Aktiengesellschaft. Sondern muss sich erst mal dran machen, muss irgendetwas lernen. Und er lernt. Er lernt einfach. Er verfolgt so seine Projekte, schaut, wo er Talent hat, womit er Geld verdienen kann. Und ist dabei, sich so eine Existenz als selbstständiger Handwerker aufzubauen. Das war respektabler Mittelstand damals. Gar nicht schlecht. Und clever genug, um schließlich an der Uni besagten Job zu ergattern. Wo es dann zu jener wegweisenden Begegnung kommt. Mit Newcomens Dampfmaschinenmodell. Der junge James bekommt das Ding allerdings nicht zum Laufen. Und versucht zunächst besser zu verstehen, wie Newcomens in die Jahre gekommene Maschine überhaupt funktioniert. Eine Maschine, die heute in den Lexika unter atmosphärische Kolbendampfmaschine gelistet ist. Das sind einzylindrige Maschinen. In diesen Zylinder lässt man unter dem Kolben Dampf einströmen. Der wird vorher erzeugt. Durch Wasser heiß machen. Und dann spritzt man in diesen Dampf im Zylinder kaltes Wasser rein. Und das kalte Wasser führt dazu, dass der Dampf ruckartig kondensiert. Dann wird aus dem Dampf wieder Wasser. Und Wasser hat ein viel kleineres Volumen als Dampf. Dadurch entsteht jetzt, da wo vorher der viele Dampf war, ein Unterdruck im Vergleich zur Atmosphäre. Und die Arbeit wird geleistet von dem atmosphärischen Druck außenrum. Der drückt jetzt den Kolben wieder rein, weil der Luftdruck außenrum höher ist als innen im Zylinder. Deshalb also atmosphärische Dampfmaschine. Das Konzept hat allerdings einen entscheidenden Schwachpunkt. Jedes Mal, wenn man in den aufgeheizten Zylinder kaltes Wasser spritzt, damit dort der Dampf kondensiert, wird der komplette Zylinder abgekühlt und muss mühsam durch heißen Dampf erneut wieder aufgeheizt werden. Das sorgt für enorme Wärmeverluste. Sprich, die Maschine verschlingt Unmengen an Kohle. Man muss kein Genie sein, um dieses Problem zu erkennen. Es drängt sich förmlich auf. Vor allem, wenn man in einem Labor an der Uni sitzt und Brennstoff teuer kaufen muss. Und nicht in einem Bergwerk, wo unnütze Kohlereste nur darauf warten, verheizt zu werden. Wirklich clever ist dann allerdings Watts Ansatz, das Problem zu lösen. Der Legende nach kommt die springende Idee wie ein Geistesblitz über ihn. An einem Frühlingstag 1765. Watt ist noch keine 30 Jahre alt. Eines Sonntagnachmittags hatte ich im Glasgauer Grün einen Spaziergang unternommen, als ich halbwegs zwischen Hertzhaus und Ahrensbrunnen war und meine Gedanken natürlicherweise mit jenen Experimenten beschäftigte, die ich gerade anstellte. Um Wärme im Zylinder zu sparen, überlegte ich mir, dass ich nur einen luftverdünnten Raum in einem getrennten Gefäß herzustellen brauchte und von diesem Gefäß aus eine Verbindung zu dem Zylinder machen müsste. Dann wird der Dampf aus dem Zylinder in das luftleer gemachte Gefäß stürzen und die Maschine kann arbeiten. Watt hat also eine ganz konkrete Idee, um Newcomens Maschine zu verbessern und effizienter zu machen. Den sogenannten außenliegenden Kondensator. Statt jetzt diesen Zylinder der Newcomen Dampfmaschine immer wieder abzukühlen, indem man da kaltes Wasser reinspritzt, damit der Dampf kondensiert, umgibt er diesen Zylinder als erstes mal mit einer Isolation aus Dampf. Er macht so ein doppeltes Gehäuse wie eine Thermoskanne, sodass der Zylinder immer gleich warm bleibt. Der Dampf innen, der muss trotzdem kondensieren. Und um ihn zum Kondensieren zu bringen, spritzt er das Wasser nicht in den großen Zylinder, sondern verbindet den Zylinder mit einer kleinen Leitung, mit einem separaten Gehäuse. Der separate außenliegende Kondensator. Und das kalte Wasser spritzt er nur in diese kleine Büchse. Dann wird der große Zylinder nicht kalt, sondern nur die kleine Büchse wird kalt. Das reicht aber, um den gesamten Dampf zum Kollabieren zu bringen. Und die Maschine arbeitet, verliert nicht so viel Wärme und man braucht einfach weniger Brennstoff, um sie zu betreiben. Erfindung sucht Anwender. Oder der Kampf um den Markt. Watt lässt seinen Job an der Uni sausen und widmet sich fortan ganz seiner Maschine. Von der Idee zum Marktreifenprodukt, das auch Käufer findet, ist es dann allerdings noch ein weiter Weg. Ein Weg, der ohne Partner nicht zu schaffen ist. Und ein ganz wichtiger war John Roebuck von Karen Ironworks. Also er hat ein Eisenwerk und der fand das eine gute Idee. Wenn man den Wirkungsgrad der Dampfmaschine verbessern könnte, so die Kalkulation, dann kann man sie auch da einsetzen, wo man Kohle für ihren Betrieb kaufen muss. Und das fand so ein Eisenwerksbesitzer schon interessant, denn der sah schon, wie er die vielen Zylinder gießt in seiner Eisengießerei und mit dieser Dampfmaschine Geld verdient. John Roebuck greift Watt unter die Arme, trägt die Kosten, um die Maschine weiterzuentwickeln und um ein Patent auf die Neuerungen einzureichen. Und sorgt so bei Watt für Hochstimmung. Alle meine Gedanken sind auf die Maschine gerichtet. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Trotz erster Rückschläge gibt es auch tatsächlich erste kleine Erfolge zu verzeichnen, die Watt seinem Teilhaber und Förderer natürlich nicht vorenthält. Ich wünsche aufrichtig, dass Sie sich über meinen Erfolg freuen. Und ich hoffe, dass Sie dadurch für Ihre Aufwendungen entschädigt werden. Doch die Geschichte nimmt ein böses Ende. Durch diverse Fehlentscheidungen und riskante Spekulationsgeschäfte geht John Roebuck pleite. Und Watt steht erneut ohne Partner da. Schnell ist allerdings der nächste Unternehmer davon überzeugt, dass man mit Watt's Spielerei tatsächlich Geld verdienen kann. Der Industriebarun Matthew Bolton. Er hilft Watt, die eigentliche Herausforderung zu stemmen, präzise Maschinenteile aus Metall herzustellen. Beispielsweise einen Zylinder, der wirklich dicht ist. Ich habe mal eine wunderschöne Beschreibung gelesen. Da hieß es, wenn man so einen Zylinder machte von einem Jahr, das ist also fast ein Meter Durchmesser, dann war die Abweichung von der tatsächlichen Kreislinie etwa eine Daumendicke. Das ist ziemlich viel. Das heißt, durch diese Ritzen, die dann entstehen, pfeift viel Dampf durch. Das hat man abgedichtet mit Leinen, mit Seilen, mit Leder, mit Wasser, mit allem Möglichen. Aber man kann sich vorstellen, so richtig dicht wird das nicht. Das galt auch für die Newcomen-Maschinen. Das war da aber nicht egal, aber es war nicht so schlimm. Die hatten sowieso so einen schlechten Wirkungsgrad. Nun war klar, wenn man Kohle bezahlt, dann muss der Wirkungsgrad besser werden. Und es wird immer wieder berichtet, der Wirkungsgrad der Watch- und Dampfmaschine war etwa 3,5 Prozent am Ende statt 0,7 wie Newcomen, also das Fünffache. Der Großteil davon ging aber nicht zurück auf den außenliegenden Kondensator, sondern auf die bessere Fertigung der Dampfmaschine. Der gut vernetzte Unternehmer Bolton kennt Leute, die die nötigen Maschinen und Fähigkeiten besitzen. Und so gelingt es dem Duo 1776 tatsächlich, die erste Maschine nach Ehrenvorstellungen zu bauen und den Wirkungsgrad immerhin auf die erwähnten 3,5 Prozent zu steigern. Watt ist regelrecht euphorisch. Nun vermag die Maschine in unseren Fabriken, Mühlen und anderen Betrieben, die Wasser-, Wind- und Pferdekraft zu ersetzen. Jetzt braucht die Fabrik nicht mehr zur Kraft zu gehen, sondern diese geht überall dahin, wo es dem Unternehmer am zweckmäßigsten ist. Doch schnell ist auch klar, wenn Sie andere Unternehmer wirklich überzeugen wollen, können Sie ihnen nicht mit irgendwelchen abstrakten Wirkungsgraden kommen. Watt hat daher eine geniale Idee. Er führt eine anschauliche Maßeinheit ein, Pferdestärken, kurz PS. Eine Einheit, die angibt, wie viele Pferde so eine Dampfmaschine ersetzen kann. Damit können auch potenzielle Kunden jenseits der Bergwerke etwas anfangen, z.B. in der Textilindustrie. Was soll man sich darunter vorstellen? Da kommt jemand und sagt, ich verkaufe eine Dampfmaschine, das Ding wird bisher nur als Wasserpumpe gebraucht. Da weiß ein Textilunternehmer nicht, was er davon halten soll. Wenn man ihm aber sagt, diese eine Maschine ersetzt ja einen Pferdegöbel mit 8 Pferden, die laufen, da wusste er ganz genau, was das war. Denn die Pferdegöbel gab es in großer Zahl in der Textilindustrie. Doch die Welt bleibt misstrauisch. Bolton und Watt müssen sich also noch mehr einfallen lassen, um ihre Maschinen und das Volk zu bringen. Leasing und Gewinnbeteiligung heißen schließlich die Zauberworte, um die zögerliche Kundschaft doch noch zu überzeugen. Technikhistoriker Ulrich Wengenroth. Die Welt hat nicht auf die Dampfmaschine gewartet. Das kann man sagen. Also es war keineswegs so, dass die Industriellen Englands ständig Eingaben machten. Man bräuchte dringend einen neuen Motor. Sie hatten Motoren, sie hatten Wasserräder, sie hatten Tiergöbel, das hat es alles gegeben. Das Problem war eher anders. Eine Lösung auf der Suche nach Problemen. Also man konnte so eine Dampfmaschine bauen. Bolton war davon überzeugt, damit ein Geschäft machen zu können. Nun muss er erst mal die Leute überzeugen. Und er überzeugt sie mit den Leasingverträgen. Er überzeugt sie damit, dass er sagt, ihr müsst nur bezahlen, was ihr einspart. Ich partizipiere an der Einsparung. Das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Und nachdem das eine Weile gut gegangen ist, die Dampfmaschine ihren Ruf etabliert hatte, wurde das ja auch alles abgeschafft. Und dann kaufte man Dampfmaschinen zum Fabrikpreis. Doch auch später ist die Dampfmaschine kein Selbstläufer. Selbst 1830 gibt es Bergwerke, die ihre Dampfmaschinen wieder abschalten und auf Tiergöbel umsteigen. Der Grund ist ganz einfach. Die Kohle war teuer geworden, der Hafer billig. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts ist tatsächlich die Hälfte der Antriebe in England auf Dampfkraft umgestellt. Nur wo Wasserkraft nicht verfügbar ist und Tiergöbel zu viel Platz verschlingen, bekommt die Dampfmaschine eine Chance. Doch natürlich wird sie immer weiterentwickelt. Den Schritt hin zu wirklich kompakten, mobilen Maschinen, zum Beispiel als Motor für Lokomotiven, konnte allerdings nur gehen, wer mutig genug war, den Druck zu erhöhen, wer also bereit war, eine Hochdruckdampfmaschine zu bauen. Doch das war riskant. Der Kessel konnte explodieren, weshalb Watt bis zum Schluss skeptisch bleibt. Getrieben von der Angst, eine Explosion könnte seinen Ruf ruinieren. Wenn es da Tote gibt in den Kesselanlagen, weil die explodieren, das war keine gute Presse für ihn. Andere waren mutiger. Das waren Leute, die die Dampfmaschine kleiner machen wollten, woanders einsetzen wollten. Also wer mir gleich in den Sinn kommt, ist Richard Trevisick. Trevisick ist in London umhergefahren mit einer Kutsche, an die er einen Dampfmotor angebaut hatte. Der lief mit Hochdruckdampf, denn sonst wäre die Maschine zu groß gewesen, die hätte sich nicht bewegen können. Fest steht also, beim Versuch, die Feuermaschine zu bändigen, hatten viele ihre Finger im Spiel. Sowohl vor, als auch nach Watt. Überväter oder der Stoff, aus dem Helden sind. Auch wenn der Trend bis heute anhält, Erfinder wie James Watt als Überväter zu stilisieren, sie als Nationalhelden auf einen Sockel zu hieven, um von dort aus alle anderen in den Schatten zu stellen. Innovation entsteht eben nicht durch derartige heiligen Figuren. Innovation ist immer Teamwork. So auch die Dampfmaschine. Sie ist nicht das Ergebnis einer einzigen Idee eines Erfindergenies. Sie ist die Kombination vieler neuer Ideen. Watt hat sie konkurrenzfähig gemacht, um sie auch dort nutzen zu können, wo man Kohle kaufen musste. Das war sein großer Verdienst. Ihren Wirkungsgrad dann aber nochmal entscheidend zu verbessern? Sie klein und kompakt zu machen mit sicheren Kesselanlagen und auf Räder zu setzen, das haben andere geleistet. Dass James Watt am Ende dennoch zu einer derart herausragenden Figur wird, die all die anderen Dampfmaschinenpioniere überragt, dürfte an einer ganz speziellen Rezeptur liegen. Zutat Nummer 1. Watt ist ein Aufsteiger. Ein Aufsteiger in der frühen Zeit der Industrialisierung. Die Industrialisierung führt zu einer bürgerlichen Gesellschaft, einer Mittelstandsgesellschaft, die sich durchsetzt gegenüber der adligen Gesellschaft. Das ist die Aufsteigergesellschaft. Es genügt nicht mehr, sich die Mühe gegeben zu haben, geboren zu werden, sondern man muss durch eigene Leistung dahin kommen. Und dafür ist Watt ein früher sehr geeigneter Vertreter. Also das ist jemand, der nicht durch Geburt, nicht durch große Privilegien, sondern durch eigene Leistung dahin gekommen ist. Das macht ihn sehr attraktiv. Zutat Nummer 2. Ein griffiger Name. Klingt banal, ist aber entscheidend. James Watt ist eben einprägsamer als Richard Trevithick oder Lubomir Kratochwil. Bleibt Zutat Nummer 3. Eine Maschine mit Sexappeal. Den Kugelschreiber zum Beispiel, wichtig, aber nicht sexy, hat Laszlo Biro erfunden. Kennt kein Mensch mehr. Und den Reißverschluss, auch wichtig, aber nicht wirklich spektakulär, hat Whitcomb L. Judson erfunden. Kennt auch kein Schwein. Die Erfindung, mit der sich Watts-Name dagegen verbindet, ist einfach spektakulär. Nicht, weil sie in Fabriken steht, sondern vor allem, weil sie als Lokomotive durch die Welt fährt und bis heute als Modelleisenbahn ihre Runden in Wohn- und Kinderzimmern dreht. Interessanterweise hielten übrigens Watts Zeitgenossen Anfang des 19. Jahrhunderts die Dampfmaschine offenbar für weniger spektakulär. Zumindest für weniger schützenswert. Die damals üblichen Exportverbote der Briten sprechen für sich. Großbritannien wollte seine Stellung als führende Industriemacht möglichst lange verteidigen. Und drum haben die Briten verboten, dass bestimmte Fachkräfte das Land verlassen und haben den Export von bestimmten Maschinen verboten, weil sie nicht wollten, dass die Konkurrenz aufholt. Bei diesen verbotenen Maschinen war die Dampfmaschine nicht dabei. Die hat man nicht für kritisch gehalten. Kritisch waren Werkzeugmaschinen, mit denen man zum Beispiel genaue Bohrungen machen kann. Also die Zeitgenossen wussten sehr wohl, wo liegt der große Vorteil Großbritanniens. Der liegt in den Maschinenbauwerkstätten und der liegt in den Werkzeugmaschinen, mit denen man andere Maschinen herstellt. Die haben sie geschützt. Dampfmaschine könnt ihr haben. Der komplette Zylinder abgekühlt und muss mühsam durch heißen Dampf erneut wieder aufgeheizt werden. Das sorgt für enorme Wärmeverluste. Sprich, die Maschine verschlingt Unmengen an Kohle. Man muss kein Genie sein, um dieses Problem zu erkennen. Es drängt sich förmlich auf. Vor allem, wenn man in einem Labor an der Uni sitzt und Brennstoff teuer kaufen muss. Und nicht in einem Bergwerk, wo unnütze Kohlereste nur darauf warten, verheizt zu werden. Wirklich clever ist dann allerdings Watts Ansatz, das Problem zu lösen. Der Legende nach kommt die springende Idee wie ein Geistesblitz über ihn. An einem Frühlingstag 1765. Watts ist noch keine 30 Jahre alt. Eines Sonntagnachmittags hatte ich im Glasgauer Grün einen Spaziergang unternommen, als ich halbwegs zwischen Hertzhaus und Ahrensbrunnen war und meine Gedanken natürlicherweise mit jenen Experimenten beschäftigte, die ich gerade anstellte. Um Wärme im Zylinder zu sparen, überlegte ich mir, dass ich nur einen luftverdünnten Raum in einem getrennten Gefäß herzustellen brauchte und von diesem Gefäß aus eine Verbindung zu dem Zylinder machen müsste. Dann wird der Dampf aus dem Zylinder in das luftleer gemachte Gefäß stürzen und die Maschine kann arbeiten. Watt hat also eine ganz konkrete Idee, um Newcomens Maschine zu verbessern und effizienter zu machen. Den sogenannten außenliegenden Kondensator. Statt jetzt diesen Zylinder der Newcomen Dampfmaschine immer wieder abzukühlen, indem man da kaltes Wasser reinspritzt, damit der Dampf kondensiert, umgibt er diesen Zylinder als erstes mal mit einer Isolation aus Dampf. Er macht so ein doppeltes Gehäuse wie eine Thermoskanne, sodass der Zylinder immer gleich warm bleibt. Der Dampf innen, der muss trotzdem kondensieren. Und um ihn zum Kondensieren zu bringen, spritzt er das Wasser nicht in den großen Zylinder, sondern verbindet den Zylinder mit einer kleinen Leitung, mit einem separaten Gehäuse. Der separate außenliegende Kondensator. Und das kalte Wasser spritzt er nur in diese kleine Büchse. Dann wird der große Zylinder nicht kalt, sondern nur die kleine Büchse wird kalt. Das reicht aber, um den gesamten Dampf zum Kollabieren zu bringen. Und die Maschine arbeitet, verliert nicht so viel Wärme, und man braucht einfach weniger Brennstoff, um sie zu betreiben. Watt lässt seinen Job an der Uni sausen und widmet sich fortan ganz seiner Maschine. Von der Idee zum marktreifen Produkt, das auch Käufer findet, ist es dann allerdings noch ein weiter Weg. Ein Weg, der ohne Partner nicht zu schaffen ist. Und ein ganz wichtiger war John Roebuck von Karen Ironworks. Also er hatte ein Eisenwerk und der fand das eine gute Idee. Wenn man den Wirkungsgrad der Dampfmaschine verbessern könnte, so die Kalkulation, dann kann man sie auch da einsetzen, wo man Kohle für ihren Betrieb kaufen muss. Und das fand so ein Eisenwerksbesitzer schon interessant, denn der sah schon, wie er die vielen Zylinder gießt in seiner Eisengießerei und mit dieser Dampfmaschine Geld verdient. John Roebuck greift Watt unter die Arme, trägt die Kosten, um die Maschine weiterzuentwickeln und um ein Patent auf die Neuerungen einzureichen. Und sorgt so bei Watt für Hochstimmung. Alle meine Gedanken sind auf die Maschine gerichtet. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Trotz erster Rückschläge gibt es auch tatsächlich erste kleine Erfolge zu verzeichnen, die Watt seinem Teilhaber und Förderer natürlich nicht vorenthält. Ich wünsche aufrichtig, dass sie sich über meinen Erfolg freuen. Und ich hoffe, dass sie dadurch für ihre Aufwendungen entschädigt werden. Doch die Geschichte nimmt ein böses Ende. Durch diverse Fehlentscheidungen und riskante Spekulationsgeschäfte geht John Roebuck pleite. Und Watt steht erneut ohne Partner da. Schnell ist allerdings der nächste Unternehmer davon überzeugt, dass man mit Watts Spielerei tatsächlich Geld verdienen kann. Der Industriebarun Matthew Bolton. Er hilft Watt, die eigentliche Herausforderung zu stemmen, präzise Maschinenteile aus Metall herzustellen. Beispielsweise einen Zylinder, der wirklich dicht ist. Ich habe mal eine wunderschöne Beschreibung gelesen. Da hieß es, wenn man so einen Zylinder machte von einem Jahr, das ist also fast ein Meter Durchmesser, dann war die Abweichung von der tatsächlichen Kreislinie etwa eine Daumendicke. Das ist ziemlich viel. Das heißt, durch diese Ritzen, die dann entstehen, pfeift viel Dampf durch. Das hat man abgedichtet mit Leinen, mit Seilen, mit Leder, mit Wasser, mit allem Möglichen. Aber man kann sich vorstellen, so richtig dicht wird das nicht. Das galt auch für die Newcomen-Maschinen. Das war da aber nicht egal, aber es war nicht so schlimm. Die hatten sowieso so einen schlechten Wirkungsgrad. Nun war klar, wenn man Kohle bezahlt, dann muss der Wirkungsgrad besser werden. Und es wird immer wieder berichtet, der Wirkungsgrad der Watson-Dampfmaschine war etwa 3,5 Prozent am Ende, statt 0,7 wie Newcomen, also das Fünffache. Der Großteil davon ging aber nicht zurück auf den außenliegenden Kondensator, sondern auf die bessere Fertigung der Dampfmaschine. Der gut vernetzte Unternehmer Bolton kennt Leute, die die nötigen Maschinen und Fähigkeiten besitzen. Und so gelingt es dem Duo 1776 tatsächlich, die erste Maschine nach Ehrenvorstellungen zu bauen und den Wirkungsgrad immerhin auf die erwähnten 3,5 Prozent zu steigern. Watt ist regelrecht euphorisch. Nun vermag die Maschine in unseren Fabriken, Mühlen und anderen Betrieben, die Wasser-, Wind- und Pferdekraft zu ersetzen. Jetzt braucht die Fabrik nicht mehr zur Kraftengesetzten Arbeit. Anders formuliert, mehr als 99 Prozent der Energie verpuffen ungenutzt. Eine magere Bilanz. Zum Vergleich, ein modernes Kraftwerk hat heute einen Wirkungsgrad von rund 40 bis 50 Prozent und ein Elektromotor sogar 90 Prozent. Was die Frage aufwirft, warum nutzen die Bergleute eine Maschine, die Energie regelrecht vernichtet? Die Antwort ist ganz einfach. Den Brennstoff gibt's gratis. Denn das wird in dem Bergwerk herausgegraben. Und die Kohle, die man verkaufen kann, das ist Stückkohle. Die hat man auch gerne. Aber wenn man Stückkohle erzeugt, wenn die Hauer das unten rausschlagen, dann entsteht ganz viel kleiner Kram, Gruß, ganz kleine Teilchen. Die kann man nicht verkaufen. Die häufen sich oben an zu großen Haufen. Diese großen Haufen sind ein Ärgernis, die sind ein Problem, die müssen weg. Dann ist es einfach genial, wenn man den Dreckhaufen oben verbrennen kann und mit diesem Verbrennen gleichzeitig das Wasser rauspumpen. Dennoch ist Newcomens Maschine die Lösung für eine relativ seltene Konstellation. Ein Wasserentsorgungsproblem kombiniert mit einem Kohleüberschussproblem. Das gab es so eigentlich nur in Kohlebergwerken. Kein Wunder also, dass sich ansonsten kaum jemand für diesen unrentablen Kohlefresser namens Dampfmaschine interessiert hat. Warum auch? Es gab schließlich jede Menge alternative Antriebe, die wunderbar funktionierten. Der beste Antrieb, den man haben konnte, und das gilt für die gesamte Dampfmaschinenzeit, war Wasserkraft. Wasserräder waren überhaupt das Beste. Wunderbar gleichmäßig einmal hingebaut, ist es gelaufen, ein Teich davor, steuerbar, nicht feuergefährlich, ist nichts explodiert. Das war überhaupt der beste Antrieb. Und das galt auch durch die Dampfmaschinenzeit durch. Die Augsburger Kammgarnspinnereien am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die saßen am Lech und die haben ihre Wasserkraftanlagen erneuert, die haben keine Dampfmaschinen gebaut. Und wer nicht 24 Stunden am Tag einen Antrieb brauchte, setzte alternativ auf Windkraft. Oder griff auf einen anderen Klassiker zurück, auf den sogenannten Tiergöpel. Also man hat Pferde oder Maultiere im Kreis laufen lassen und die haben irgendwas angetrieben. Und so haben ganz viele Textilfabriken in der frühen Industrialisierung gearbeitet. Viele, ja, die hatten dann kein Wasserrad, weil keine Wasserkraft mehr da war. Und dann haben sie halt diese Pferde oder Maultiere im Kreis laufen lassen. Unter Druck. Oder die optimierte Dampfmaschine. Im Winter 1763-64 kommt es zu einer schicksalsträchtigen Begegnung. Ein verkleinertes Modell so einer Newcomen-Maschine gerät in die Hände eines jungen, talentierten Feinmechanikers im schottischen Glasgow. Sein Name? James Watt. Der hat zwar nicht mal seine Lehre abgeschlossen, dennoch aber einen Job an der Uni ergattert. Die Professoren dort brauchen jemanden, der die Geräte für alle möglichen physikalischen und astronomischen Experimente zusammenflickt. Und dort bei der Universität hatte man auch so eine Newcomen-Maschine. Und die ist nicht gelaufen. Wie viele Geräte in der Laborsammlung hat die nicht funktioniert? Und Watt bekam dann den Auftrag, er soll doch mal versuchen, ob er dieses Ding zum Laufen bringt. Das würde niemand schaffen. Bereits hier, in den frühen Jahren, müht sich nun mancher Biograf, den Boden zu bereiten, auf dem der spätere Held, James Watt, dann aufsteigen kann. Da ist die Rede von einem bitterarmen, aber doch gebildeten Elternhaus, in dem natürlich das Geld fehlt für ein Studium. Die Botschaft ist klar. Da muss sich einer von ganz, ganz unten mühsam ganz nach oben arbeiten. In der Tat. Watt ist ein Aufsteiger. Aber von ganz unten? Und ist sein Weg damals wirklich so ungewöhnlich? Nun, zunächst mal muss man diese Armut nicht übertreiben. Und man muss es auch nicht so hoch hängen, dass er nicht hat studieren können. Das konnten damals die allerwenigsten Leute. Das ist überhaupt kein Vergleich mit heute. Das war eine extrem kleine Elite, die sich den Luxus eines Studiums leisten konnte. Also Watt kommt aus dem Mittelstand und wird nicht gleich Vorsitzender einer Aktiengesellschaft, ja, sondern muss sich erstmal dran machen, muss irgendetwas lernen. Und er lernt. Er lernt einfach, er verfolgt so seine Projekte, schaut, wo er Talent hat, womit er Geld verdienen kann und ist dabei, sich so eine Existenz als selbstständiger Handwerker aufzubauen. Das war respektabler Mittelstand damals. Gar nicht schlecht. Und clever genug, um schließlich an der Uni besagten Job zu ergattern. Wo es dann zu jener wegweisenden Begegnung kommt, mit Newcomens Dampfmaschinenmodell. Der junge James bekommt das Ding allerdings nicht zum Laufen und versucht zunächst besser zu verstehen, wie Newcomens in die Jahre gekommene Maschine überhaupt funktioniert. Eine Maschine, die heute in den Lexika unter Atmosphärische Kolbendampfmaschine gelistet ist. Das sind einzylindrige Maschinen. In diesen Zylinder lässt man unter dem Kolben Dampf einströmen. Der wird vorher erzeugt, durch Wasser heiß machen. Und dann spritzt man in diesen Dampf im Zylinder kaltes Wasser rein. Und das kalte Wasser führt dazu, dass der Dampf ruckartig kondensiert. Dann wird aus dem Dampf wieder Wasser. Und Wasser hat ein viel kleineres Volumen als Dampf. Dadurch entsteht jetzt, da wo vorher der viele Dampf war, ein Unterdruck im Vergleich zur Atmosphäre. Und die Arbeit wird geleistet von dem atmosphärischen Druck außenrum. Der drückt jetzt den Kolben wieder rein, weil der Luftdruck außenrum höher ist als innen im Zylinder. Deshalb also atmosphärische Dampfmaschine. Das Konzept hat allerdings einen entscheidenden Schwachpunkt. Jedes Mal, wenn man in den aufgeheizten Zylinder kaltes Wasser spritzt, damit dort der Dampf kondensiert, wird... James Ward verdient es, zu den großen Wohltätern des Menschengeschlechts gezählt zu werden. Die Möglichkeit, Dampf wirtschaftlich nutzbar zu machen, entwickelte erst James Ward. So still und ohne große Ereignisse das Leben unseres edlen und liebenswürdigen James war, so gewaltig war der Umschwung. James Ward ist der Erfinder der Dampfmaschine. Und eine jede solche Maschine ist das herrliche Monument seines erhabenen Geistes. Fundstücke, auf die man vor allem in Schriften des 19. Jahrhunderts immer wieder stößt. In denen all jene Zutaten auftauchen, die so eine Erfindergeschichte eben braucht. Eine spektakuläre Erfindung, die die Welt verändert. Und einen genialen, zugleich edlen und liebenswürdigen Helden, der ganz unten anfängt, um dann ganz nach oben zu kommen, weil er genau diese eine geniale Erfindung macht, die fortan immer mit seinem Namen verbunden ist. Eine tolle Geschichte. Die nur einen kleinen Haken hat. Sie stimmt nicht. Denn James Ward ist weder der Erfinder der Dampfmaschine, noch hat er eine Karriere hingelegt à la Vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Märchen rund um James Ward sind vielmehr wunderschöne Beispiele dafür, wie Mythen der Technikgeschichte entstehen. Lösung sucht Problem. Oder wer braucht schon eine Dampfmaschine? Lange bevor James Ward die Bühne betritt, beherrschen andere die Szene. Pioniere der Dampfmaschine, die heute allerdings kein Mensch mehr kennt. Der Engländer Thomas Havery zum Beispiel. Oder der Franzose Denis Papin. Und vor allem ein gewisser Thomas Newcomen. Der baut als erster eine Dampfmaschine, die einigermaßen robust ist, nicht so oft kaputt geht. Das begeistert die Leute im Bergbau. Und so kommt die erste Newcomen-Maschine 1712 in einem Kohlebergwerk im englischen Staffordshire zum Einsatz. Und die hat wunderbar funktioniert als Wasserpumpe im Bergwerk. Ulrich Wengenroth, Professor für Technikgeschichte an der TU München. Das Problem bei so einem Bergwerk ist, sie graben Löcher in die Erde. Und das läuft dann irgendwann mit Wasser voll, denn sie gehen ja irgendwann durchs Grundwasser durch. Und das Wasser muss raus. Und dazu hatte man schon viele Ideen. Es gab ganz einfache, die Wasserträger, die sind auf Leitern runter mit Ledersäcken und haben das Wasser hochgehoben. Und dann konnte man das durch mechanische Pumpen ersetzen. Das hat man schon gemacht um 1500 im Bergbau. Oben ein Wasserrad und das hat ein Pumpgestänge angetrieben, mit dem hat man das Wasser rausgepumpt. Und das braucht man in allen Bergwerken. Die Maschine hat allerdings einen Haken. Ihr Wirkungsgrad ist erbärmlich. Er beträgt weniger als ein Prozent. Das heißt, weniger als ein Prozent der eingesetzten Energie wird tatsächlich unbärmlich.